Hey, schön, dass du da bist bei meinem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist A-Ray und wir spielen heute Rack Room. So, und hier sind wir auch schon im Spiel. Und wie man sehen kann, rede ich auch schon, weil ich Voice-Schnitt anhabe. Und Rack Room ist basically ein Game, in dem Leute miteinander spielen können. Das heißt, es ist so ähnlich wie Roblox. Es gibt tatsächlich auch eine Main Lobby, die sich Rack Center nennt. Und wenn wir hier mal draufdrücken, gehen wir hier auch schon hin. Und ich habe ein Geschenk bekommen. Das heißt, das öffnen wir einmal. Und wir haben einen wundervollen Hut bekommen. Okay, den werde ich jetzt einmal nicht anziehen, sondern wegschmeißen. Das ist auf jeden Fall der Main Setter. Hier chillen ganz viele verschiedene Leute. Man kann hier spielen. Zum Beispiel kann ich hier reinwerfen. Und dann treffe ich nicht. Hi, can you talk? Okay, es ist schon ein bisschen komischer, bei anderen Leuten reden zu können, weil halt jeder Voice-Schnitt hat. Okay, lass uns einfach ganz schnell hier gehen. Was könnten wir als erstes spielen? Golden Trophy sieht doch ganz nice aus. Okay, und wir sind gespawnt. Und hier sind auf jeden Fall schon ein paar Leute. Der Typ übt hier schon mit einem Bogen. Ich weiß nicht wirklich, was man hier macht. Quests for the Golden Trophy. Okay, wir müssen uns hier ausrüsten. Yo, wir können durch die Tür gehen. Act 1. Yo, man muss so gegen Goblins kämpfen. Bats, okay, das haben wir auf jeden Fall. Wo ist unser Leben? Kann man hier Leben verlieren? Ich weiß es nicht. Wir gehen ja immer weiter. Und es sieht so aus. Als bräuchte der hier schon starke Hilfe. So, die verschwinden hier. Wie verliere ich überhaupt Leben? Oh, zack. So, ausgenockt. Ich bin down. Und ich wurde wiederbelebt. Dankeschön auf jeden Fall an dich. Achso, wir können hier wieder durchgehen. Act 2. Ah, jetzt kommen hier fliegende Dinger. Ich spawnen hier immer neue. Okay, das ist schon sehr lustig gemacht. Boah, man kann auch crouchen, so wie es aussieht. Zack. Ist down. Ich auch. Revive. Danke dafür. Okay, wir haben uns beide revivet gegenseitig, so wie es aussieht. Ich bin wieder down. Was? Kämpft ihr hier gerade gegen alle auf einmal oder was? Wo sind meine Teammates? Hey, wenn ich gleich wieder down bin. Wir gehen in den nächsten Raum. Okay, ist das jetzt das Boss-Battle oder so? Sieht so aus. Ich zerstöre mal die Sachen hier. Es gibt Pfeil und Bogen. Okay, mit drei Spielern geht das Ganze schon sehr, sehr einfach. Komm her. Die fallen einfach alle in die Lava. Nein, ich bin down. Nein, nein, nein. Please. Oh mein Gott. Weg und weg. Weg. Okay. Easy. 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 Ich bin wieder down. Nein. Alle sind tot. Aber GG auf jeden Fall. Stunt run. Das sieht doch ganz interessant aus. Da gehen wir einmal rein. Okay, jemand hat hier Voice Chat. Das ist sehr, sehr nice. Wir müssen jetzt hier auf eine Runde warten. Und soweit ich weiß, es ist ein Parcours-Game. Okay, okay. Let's go. Ich denke, wir müssen rennen. 3, 2, 1, go. Okay. Und die Energy Drinks einsammeln, so wie es aussieht. Ah. Und dann hier springen. Und dann hier so rennen. Und ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Alle sind viel besser als ich. Hier hochklettern. Warum bin ich so langsam? Schon 24 Sekunden. Checkpoint. Und dann hier hoch. I guess ich bin letzter. Und kann ich hier springen? Spring. Ja. Spring. Hier rüber. Dann hier unten hin. Easy. Hier hoch. Dann nicht hier lang. Was macht man hier? Was? Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Ah. Okay. Dann hier runter. Hier. 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 Na. Hier. Hier. Hier hoch. Hier. Let's go. GG.